Musik Ich möchte dir sagen, dass ich anständig war, dass ich keine Empfehlungen oder Vergnugungen oder Lipphallen oder Werteidig hatte. Ich möchte dir sagen, dass ich mich und Liebe bin nie zuvor, dass ich Ego verehre mehr als mein eigenes Leben und dass ich ein ernsthafter Mensch werde. Fyra Kallon 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 Untertitelung des ZDF, 2020